Ärztliche Berufsordnung Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf nach ihrem Gewissen, dem Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit aus. Sie dürfen keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit dieser Aufgabe nicht vereinbar sind oder deren Befolgung sie nicht verantworten können. Menschlichkeit und Wohl agieren, die Würde des Patienten sehen, die Freiheit und die Ehre respektieren. Menschenrecht, Autonomie, das ist so wichtig wie noch nie, das wollen wir auf keinen Fall verlieren. Hippokrates ist mein Geduld, es geht hier ums Patientenboden, das sollten wir jetzt endlich mal kapieren. Hippokrates ist mein Geduld, es geht hier ums Patientenboden, das sollten wir jetzt endlich mal kapieren. Hallo! Hallo! Untertitelung. BR 2018 Ärztinnen und Ärzte dürfen bei ihrem ärztlichen Handeln keine Weisungen von Nichtärzten entgegennehmen. Der Arzt ist zur gewissenhaften Berufsausübung verpflichtet und hat dabei sein Handeln am Wohl des Patienten auszurichten. Bei der Behandlung hat er die Würde des Menschen und insbesondere das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu beachten. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Genfer Gelöbnis Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patienten respektieren. Die Autonomie und Würde respektieren. Untertitelung. BR 2018 Ben bir köle olamam, yalanlara kanamam, asla dönmem dozdoğru yolda. Ben bir köle olamam, yalanlara kanamam, asla dönmem dozdoğru yolda. Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.